ja heute kommen zwei nicht heute sondern in den nächsten tagen kommen zwei videos erstens weil ich es kann und zweitens weil ich so lange nichts brauchen habe das ist nur eine information morgen und ich glaube in zwei tagen morgen und am morgen oder dienstag kommen zwei videos auf jeden fall sind die beiden videos vor produziert damit ihr euch nicht wundert warum die vielleicht beide gleich oder vielleicht gleich angepasst wenn wir nicht bei einem spieler vorverkackt habe auf jeden fall kommen wir wieder videos ist schon ein bisschen länger her klar aber ich möchte aktiver werden kleine ferien kommen wahrscheinlich richtig viele videos vielleicht aus einer dritten woche weil da bin ich halt nicht in deutschland wenn ich weg da werden wir sehen kommt auch an wie halt videos vielleicht werde ich welche vor produzieren vielleicht auch welche nicht werden wir sehen ich denke mal ich werde immer welche produzieren und so aber ich werde trotzdem halt versuchen durch mal so ein video aufzunehmen 1 oder 2 und dann werden das auch wahrscheinlich nichts von den projekten die brauchen viel länger mehr zeit und das hätte ich wahrscheinlich nicht haben sondern wahrscheinlich eher so wie mal drum irgendwelche spieler nur das bescheiden